Die besten 5 Aufbewahrungsboxen für Kinder, KALAX im Test Ich habe das Songmix Aufbewahrungsbox-Set gekauft und bin sehr zufrieden damit. Die Boxen sind groß genug, um Spielzeug und Kleidung zu verstauen, und sehen mit den Dinosaurier-Motiven sehr niedlich aus. Sie sind faltbar und mit Griffen versehen, was das Tragen und Verstauen erleichtert. Die Qualität des Stoffes und der Nähte ist sehr gut und sie sind stabil genug, um nicht leicht auseinanderzufallen. Ich würde das Produkt auf jeden Fall weiterempfehlen. Ich bin begeistert von der Glückswolke Aufbewahrungsbox Kinder. Die Box ist perfekt für das Aufbewahren von Spielzeug im Kinderzimmer und das Waldtier-Motiv mit dem niedlichen Fuchs Willi Wildfuchs, macht sie zu einem wahren Hingucker im Regal. Die Qualität des Materials ist sehr gut und der Deckel schließt die Box sicher ab. Mit den 15 verschiedenen Motiven kann man die Boxen endlos kombinieren und so eine individuelle Ordnung im Kinderzimmer schaffen. Ich kann die Glückswolke Aufbewahrungsbox Kinder jedem Elternteil empfehlen, der auf der Suche nach einer praktischen und schönen Spielzeugkiste ist. Ich habe diese süße Aufbewahrungsbox für Kinder von Biko gekauft und bin sehr zufrieden damit. Das Wahlmotiv ist sehr niedlich und perfekt für das Kinderzimmer. Die Box ist faltbar und hat eine Größe von 33 x 33 x 33 cm, was perfekt für das Kalax-Regal ist. Sie bietet viel Platz für Spielzeug und andere Dinge, die man aufbewahren möchte. Die Qualität der Box ist sehr gut und ich kann sie nur weiterempfehlen. Ich liebe die AXOP Kinderaufbewahrungsboxen. Sie sind perfekt für meine Kinderzimmerregale und halten alles ordentlich und organisiert. Die Größe ist ideal für Spielzeug, Kleidung und Bücher und ich liebe es, dass sie faltbar sind und leicht verstaut werden können, wenn sie nicht in Gebrauch sind. Sie sind auch sehr robust und halten den täglichen Gebrauch stand. Ich habe bereits mehrere Sets dieser Boxen gekauft und kann sie jedem empfehlen, der nach einer praktischen und stilvollen Aufbewahrungslösung sucht. Ich liebe meine neuen Simply Home Little Star Aufbewahrungsboxen. Sie sind passgenau für mein Kalax-Regal und das Sternenmotiv ist einfach nur süß. Ich habe das hellblaue Dreier-Set gekauft und es sieht toll in meinem Kinderzimmer aus. Die Boxen sind aus robustem Material gefertigt und lassen sich sehr einfach zusammenbauen. Meine Lieblingsfunktion ist das Sichtfenster auf der Vorderseite der Boxen, das es leicht macht, den Inhalt zu sehen, ohne sie öffnen zu müssen. Ich empfehle diese Aufbewahrungsboxen jedem, der eine einfache und stilvolle Möglichkeit sucht, um das Kinderzimmer aufgeräumt zu halten. Denken Sie daran, dass es weitere Informationen und Produktlinks in der Videobeschreibung gibt. Wir sehen uns im nächsten Video. Wir sehen uns im nächsten Video.